Hallo! Heute möchten wir euch Tammy und Tamara vorstellen. Tamara ist die Mutter und Tammy ist ihr Welpen. Wir haben beide am Bukka Beach gefunden. Als wir unterwegs waren, um unsere Straßenhunde dort zu füttern, die wir regelmäßig versorgen, haben wir auf dem Weg zum Bukka Beach am Straßenrand einen Welpen gesehen, der nicht sehr gesund aussah. Also hielten wir an, um nachzusehen, was er braucht. Dann haben wir auch die Mutter vom Welpen gefunden und beide waren in sehr, sehr schlechter Verfassung und so entschieden wir, wir nehmen sie mit und lassen sie durchchecken. Etwas später haben wir herausgefunden, dass die beiden Räude haben und somit medizinische Behandlung benötigen, um wieder gesund und fit zu werden. Schaut sie euch an. Sie sehen doch sehr gesund und fit aus, oder? Es ist total schön, die beiden zu sehen, denn als die beiden zu uns kamen, sahen die beiden nicht sehr gut aus. Doch jetzt sind sie fit und munter. Und beide, Tammy sowie auch Tamara, suchen nun für ihr für immer zu Hause. Wir finden, dass Tammy und Tamara ein super Beispiel dafür sind, warum wir alle zusammen weitermachen sollten. Denn dank euren Spenden und unserer Arbeit ist es uns möglich, Hunden wie Tammy und Tamara eine Chance zu geben und ihnen vielleicht sogar eine für immer Familie zu finden. Also ihr Lieben, vielen Dank, dass es euch gibt. Danke, dass ihr da seid. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.